Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Und damit begrüßen wir euch alle im Jahr 2021. Und ich begrüße natürlich nicht nur euch, liebe Hörerschaft, sondern auch den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und eine wunderbare Gästin, die das Jahr 2021 mit uns starten wird. Und ihr kennt sie schon, denn sie war unsere aller, aller erste Gästin in diesem Format. Die liebe Missy. Hallo Missy. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag euch. Ja, es ist ja schon eine Weile her, dass du bei uns da warst. Ich glaube, das letzte Mal haben wir mit dir das Adventspecial zu Ellen Rimbauer gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, genau. Ist denn bei dir in letzter Zeit was passiert? Hast du irgendwelche neuen Projekte oder irgendwelche Dinge, die du bewerben möchtest? Naja, ich habe im Prinzip wieder eine neue Band angefangen, weil die alte leider aufgrund von Mangel an Auftritten so ein bisschen die Motivation gefehlt hat, weiterzumachen. Und die neue ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir sind gerade am Demos aufnehmen, um ein bisschen Werbung zu machen. Aber das dauert alles noch eine Weile. Also ihr könnt gespannt bleiben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wunderbar. Und sobald du eine Webseite oder irgendwie einen YouTube-Kanal oder irgendwas hast, sagst du Bescheid. Das werde ich dann natürlich wieder verlinken, sobald es existiert. Super. Vielen Dank. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir gleich in die Sache ein. Über welches Buch wollen wir denn heute reden? Auf meiner Liste steht, es geht heute um The Green Mile. Und wer die letzte Folge so ein bisschen verfolgt hat, der hat schon mitgekriegt, dass es zumindest einigen Teilen dieses Podcasts vor diesem Buch recht gegruselt hat. Flo, hast du denn für dieses Buch eine zeitliche Einordnung für uns? Ja, es geht los im November 1995. Da wurden die Stephen King Bücher für 1996 bekannt gegeben und die Leute haben ziemlich gestaunt. Denn es waren nicht ein oder zwei Bücher in den vorangegangenen Jahren, sondern es standen acht Bücher auf der Liste. Zwei sollten am selben Tag im September erscheinen, nämlich Desperation und Regulator. Da reden wir in den nächsten zwei Folgen drüber. Und die anderen sechs Bücher sollten in den Monaten März bis August erscheinen. Und zwar jeweils so in 100 Seiten Häppchen als, ja, serielle Geschichte. Das ist The Green Mile. King kam auf diese Idee durch ein Gespräch mit seinem Auslandsagenten. Wir hatten irgendwann mal das Gespräch darüber, dass Schriftsteller wie zum Beispiel Charles Dickens viele Romane so als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen veröffentlicht haben oder in sogenannten Chapbooks, also so dünne kleine Büchlein. Man könnte sagen, wahrscheinlich sowas wie Groschenromane eher. Und er fand die Idee ziemlich gut und dachte, so eine Fortsetzungsgeschichte, da könnte man doch so in moderner Form was machen. Die Geschichte The Green Mile hat er bereits veröffentlicht, während er sie noch geschrieben hat. Also als Band 1 rauskam, war er laut eigener Aussage an Band 4 dran und wusste noch nicht, wie alles endet. Und deswegen ist es manchmal so etwas problematisch mit der Kontinuität in diesem Buch. Ich denke aber, das hat er ganz gut gelöst. Das werden wir nachher noch besprechen. Später hat er mal darüber gesprochen, das Ganze überarbeitet als Roman rauszubringen. Tatsächlich sind aber nur diese sechs Einzelbücher in ein Band gepackt worden, mit ganz leichten Überarbeitungen. Er hat einen größeren Fehler drin gehabt, den hat er rausgenommen. Sonst ist das identisch mit der Originalauflage. Und wahrscheinlich ist dieses Gesamtbuch das, was man heute kennt, also diese sechs Einzelromane oder Büchlein, die gibt es heute kaum noch. Die sind weltweit auch wirklich in diesem monatlichen Rhythmus in sechs Bänden erschienen. Ja, und worum es da geht, das erzählt uns jetzt Jonas. Ja, The Green Mile erzählt die Geschichte der Zirkusmaus Mr. Jingles. Wäre zumindest mein Wunsch gewesen, weil das ist eine absolute Lieblingsfigur. Ja, aber jetzt im Ernst, das Buch ist aufgeteilt in eine Rahmenhandlung und die eigentliche Geschichte. Die Rahmenhandlung ist der alte Paul Edgecombe, der diese eigentliche Geschichte im Altersheim in seinem Tagebuch schreibt. Und ja, 1932 war er der Chef des Todestrakts im Gefängnis Cold Mountain, der sogenannten grünen Meile. Und in diesem Jahr wurde ein anscheinend etwas geistig behinderter Schwarzer, John Coffey, für den Mord und die Vergewaltigung an zwei Mädchen dahin verbracht. Allerdings, obwohl der wirklich riesig und muskulös ist, wirkt er kein bisschen aggressiv und betont, er habe nur versucht, dem Mädchen zu helfen. Und Paul leidet zu dieser Zeit an einer sehr schweren Blasenerzündung, das wird später noch wichtig. Ein weiterer Insasse zu der Zeit ist unter anderem Édouard Delacroix, bei dem später Mr. Jingles leben wird. Und etwas später kommt noch William Wharton dazu. Unter den Wächtern sticht besonders Percy Wetmore hervor, den niemand wirklich leiden kann und der nur wegen politischer Beziehungen seinen Job behält. Und Percy hat Delacroix ziemlich auf dem Kieker und Wharton ist ein Unruhestifter par excellence. Als Paul einmal allein im Block ist und seine Blasenentzündung sich sehr deutlich zeigt, gelingt es John Coffey, ihn zu packen und festzuhalten. Er tut ihm jedoch nichts, sondern es gelingt ihm, diese Entzündung per Handauflegen zu heilen. Und irgendwie saugt er quasi die Krankheit in sich auf und lässt sie dann als insektenartige Teilchen durch seinen Mund entweichen, die sich dann schnell in nichts auflösen. Paul ist als gläubiger Mensch davon überzeugt, dass Coffey ja eine gottgegebene Gabe hat und muss irgendwie ständig an die krebskranke Frau des Gefängnisdirektors Melinda Moore denken, mit denen er auch befreundet ist. Und eines Tages erringt Percy einen Sieg über Delacroix, als es ihm gelingt, auf Mr. Jingles zu treten. Das ist allerdings dieser Sieg nur von kurzer Dauer, denn es gelingt John die Maus wiederzubeleben. Aber in der Folge zwingen Paul und sein Kollege Brutal, die zwingen Percy dazu, seine Versetzung einzureichen, nachdem Delacroix hingerichtet ist. Die Bedingung, die Percy allerdings stellt, ist, dass er diese Hinrichtung leiten wird. Die Hinrichtung wird dann aber zu einem Desaster, da Percy absichtlich den Schwamm, der eigentlich den Strom direkt ins Gehirn leiten soll, nicht nass macht. Und daher wird Delacroix mehr gebraten, als schnell durch Strom zu sterben. In der Folge entwickelt Paul dann einen Plan, bei dem er sowohl Percy bestrafen kann, als auch John Coffey aus dem Gefängnis zu schmuggeln, damit der dann diese Melinda Moore heilt. Das gelingt auch, allerdings beim Rausschmuggeln kann der zugetrönte John Wharton, den haben sie versucht mit Tobiksmitteln auszuschalten, den noch am Arm zu packen, den John. Und durch diese Berührung kann John Wharton ins Herz schauen und weiß dann wohl, dass er das Wharton dieser zwei Mädchen ermordet hat, für dessen Mord John sitzt. Ja, also wie gesagt, der Plan gelingt. John hat allerdings diesmal nach der Heilung nicht wieder diese insektenartigen Dinge ausgespuckt, sondern wartet wieder, bis er im Gefängnis ist. Und zwar lässt er die nicht einfach in die Luft fahren, sondern in Percy hinein. Der geht dann wie ferngesteuert auf Worten zu und erschießt den. Und ja, entlässt dann selbst die Insektenaussicht und bleibt katatonisch. Ja, das war mehr oder weniger die Hauptgeschichte. Und John, nee, gar nicht warm. Paul kriegt dann auch noch von John quasi durch Berührung telepathisch mitbekommen, was Wharton gemacht hat. Das heißt, Paul weiß, John ist unschuldig. Und deswegen fällt es ihm dann auch schwer, später die Hinrichtung durchzuführen. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Und Paul hört dann danach auch auf, dort zu arbeiten. Und jetzt, im Jahr 1996, enthüllt Paul sein Geheimnis im Tagebuch und später auch seiner Freundin Elaine. Und die führt er dann auch in eine verlassene Scheune. Und dort lebt die Maus Mr. Jingles, die ebenso wie Paul eine sehr lange Lebenszeit erhält. Denn Paul ist inzwischen 104 Jahre alt. Und ja, er ist einsam und er geht davon auch aus, irgendwann zu sterben, weiß aber nicht wann. Ich bin ein bisschen bedrückt, dass alle anderen vor ihm sterben und er so viele Leute verliert. Und die letzten Zeilen lauten dann, jeder von uns muss sterben, ohne Ausnahme. Das weiß ich. Aber manchmal, oh Gott, ist die Green Mile so lang. 104 Jahre und ich back mein Brot immer noch selbst. Ja, ich würde sagen, zu diesem Aspekt, den du gerade angedeutet hast, Flieber Flur, kommen wir gleich. Aber ich würde tatsächlich dieses Buch mal kurz etwas anders angehen, weil es eben durch diese Episodenhaftigkeit ja tatsächlich eine Besonderheit in Kingswerk ist. Und wie ging es euch denn? Erstmal, welche Variation habt ihr gelesen? Ich habe die Romanvariante gelesen. Ich habe die Romanvariante als Hörbuch gehört. Okay. Und Missy? Ja, also, ich habe einmal die inszenierte, ungekürzte Lesung mir angehört vom Gesamtroman und habe einmal die einzelnen Teile auf Englisch gelesen. Okay. Und Flo, bei dir? Ich habe die Einzelbände gelesen und dann später den Komplettroman noch mal überflogen, um die Änderungen zu lesen. Okay. Wie geht es euch denn damit? Wie hat euch das denn gefallen? Ich meine, selbst in der Romanversion merkt man ja trotzdem, dass es eben so ein bisschen episodenhaft ist. Man hat halt immer noch so einen kurzen Rückgriff. Man hat eben diese Zwischenelemente im Altenheim, die quasi so ein bisschen der Kleber des Ganzen sind. Und wie hat euch das gefallen? War euch das angenehm oder habt ihr lieber einen richtigen Roman? Also mir ist das episodenhaft tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Also man hat es halt auch in anderen Geschichten immer mal, dass die Handlung zurückspringt zum Hauptstrang mit einem Erzähler, der nach hinten springt und so. Also das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ich habe auch erst, ich glaube, danach erfahren, dass es eigentlich ein Episodendings ist. Ja, also ich habe auch wie Jonas keine großen Unterschiede quasi gemerkt oder könnte mir jetzt keine großen Unterschiede vorstellen. Ich fand tatsächlich diese Aufteilung in diese sechs Bände ganz gut, weil eben immer auch der jeweilige Band eine für sich Geschichte beinhaltet hat, die da so im Fokus stand. Und dementsprechend das Ganze für mich ein bisschen lebhafter gemacht hat. Ich weiß es halt jetzt nicht, wie es sich auf Deutsch gelesen hat. Ich habe es ja auf Englisch gelesen und ich fand es sehr flüssig lesbar, auf jeden Fall von vorne nach hinten. Und im Vergleich dazu zum Beispiel die Hörfassung auf Deutsch, da ist mir jetzt keine großen Unterschiede aufgefallen. Ich habe aber allerdings gerade in Bezug auf diese Serialität des Buches direkt beim Vorwort in dem englischen Buch, was ich habe, steht eben genau drin, warum und weshalb er dieses Experiment der Episodenpublikation überhaupt gewählt hat und so weiter. Und das fand ich halt ganz interessant, weil ich das nicht wusste vorher. Und Flo? Also ich muss sagen, es ist mir diesmal tatsächlich aufgefallen, weil ich es halt in diesen sechs Bänden gelesen habe. Ich mag das aber. Also ich bin ja auch jemand, der gerne mal Romanhefte und sowas liest. Und diese wöchentlichen Häppchen oder hier monatlichen Häppchen, das ist schon ganz schön. Ich habe es diesmal wirklich gemerkt, weil ich die sehr kurz hintereinander gelesen habe, diese einzelnen Teile. Und er wiederholt halt dann gerade am Anfang eines neuen Buches wieder, was bisher geschah. Das macht in dem Format natürlich Sinn, stört aber so den Lesefluss ein bisschen, wenn man es als komplette Geschichte liest. Und das ging mir halt genauso. Ich kann es sich erinnern, wir haben in meinem Schwesterformat Delateratur über die wiedererweckten des Herbert West mal geredet. Und da wusste ich nicht, dass das ursprünglich mal als Episodenroman erschienen ist und habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, beziehungsweise habe das falsch interpretiert. Es wurde halt in diesen Rückblicken immer wieder dasselbe betont. Und weil ich nicht wusste, dass das ein Episodending ist, habe ich gedacht, wenn der das so oft betont, dann muss das ja irgendwie wichtig sein. Es war aber nicht wichtig. Es ging eben nur darum, dass der Leser, der halt in dem Band erst nach Monaten wieder eingestiegen ist, wieder wusste, wo er ist. Und an der Stelle hier war ich aber vorgewarnt und deswegen hat es mich nicht gestört. Aber ich glaube, hätte ich es nicht gewusst, hätte es mich genervt. Kurzes, du meinst Herbert West, der Wiedererwecker, die Wiedererweckten, das war diese Geschichte von, ich komme nicht drauf, aber eher das Original ist Lovecraft und das andere war diese Fortsetzungsgeschichte von, ich weiß nicht mehr von wem. Ja, aber auf jeden Fall, genau. Ja, genau, ich sehe es auch so, aber wie gesagt, ich mag eigentlich dieses Episodenhafte. Wenn man es weiß, ist das auch kein Problem. Ich war nur tatsächlich überrascht, dass er das in der Gesamtfassung, dass er da nicht mehr geändert hat, gerade in dieser Hinsicht. Ich glaube, ich finde das aber gar nicht schlecht, dass er tatsächlich so nah bei der Sache geblieben ist. Aber gut, reden wir mal darüber, wie King die Sache selber bewertet hat. In diesem Vorwort, das auch die Missy schon erwähnt hat, das habe ich in der Romanausgabe auch drin gehabt. Und da fällt unter anderem der Satz, es war eine gute Geschichte, das wusste ich von Anfang an, aber sie war ungeheuer schwer zu schreiben. Und dann kommt ein bisschen Zwischengeplänke. Die Erfahrung selbst aber, die gehört nur mir. Ich schrieb wie ein Wahnsinniger, versuchte den verrückten Veröffentlichungsplan einzuhalten und gleichzeitig das Buch so anzulegen, dass jede Fortsetzung einen eigenen kleinen Höhepunkt hat. Wobei ich hoffe, dass alles zusammenpassen würde. Mir war völlig klar, dass es geliefert sein würde, falls dem nicht so war. Und jetzt will ich ganz ehrlich von euch wissen, ist ihm das eurer Meinung nach gelungen? Ich kann das nicht wirklich sagen, weil ich nicht auf diese Einteilung geachtet habe. Also ich weiß nicht, ob es sechs kleine Höhepunkte gab, die einigermaßen gleichmäßig verteilt sind. Ich habe da ein bisschen drauf geachtet. Und ja, er versucht, jeden Teil mit einem kleinen Cliffhanger enden zu lassen. Genau. Was ein bisschen merkwürdig ist, denn sowas macht man normalerweise, in einem Tagbuch-Eintrag nicht. Und das ist es ja hier. Aber, also ich finde das grundsätzlich nicht schlecht. Passt gut zu dieser seriellen Form. Er macht nur etwas, das ich ja schon öfter angesprochen habe. Er nimmt hier Punkte vorweg, die später erst passieren. Und nimmt dadurch der Geschichte so ein bisschen Spannung. Ich muss aber sagen, mir hat dieser kleine Cliffhanger jedes Mal, hat schon sehr gefallen. Im Sinne von, dadurch man halt so klar abgetrennte Teile hatte, und ich hatte wirklich Grausen vor diesem Buch, weil ich es fürchterlich schlecht in Erinnerung hatte. Und es war, das möchte ich gleich vorweg nehmen, es war nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber ich hatte überhaupt keine Lust, dieses Buch zu lesen. Und dadurch aber eben diese Teile so klar abgegrenzt waren für mich. Und dadurch, man von jedem Teil, der nur so ein paar Seiten lang ist, so ein Cliffhanger hatte, war plötzlich eine Motivation, da dieses Elendsbuch unter sich zu bringen. Und dafür war ich in dem Moment sehr dankbar. Also ich habe ja auch die einzelnen Teile gelesen, und zwar wirklich auch so als Häppchen, weil ich einfach nicht anders Zeit hatte. Und ich muss sagen, mir ist es auch aufgefallen, dass er das versucht mit den Cliffhanger so ein bisschen. Es ist manchmal nicht ganz so gelungen. Aber ich glaube, was halt da so ein bisschen mit zusammenhängt, ist einfach diese Idee, die dahinter steckt. Und das hat der Flo ja am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, wie King auf die Idee überhaupt kam, das als Episoden zu veröffentlichen. Und im 19. Jahrhundert, im Sinne auf Dickens zurückzukommen, war das eben halt so, dass man versucht hat, dass natürlich egal, ob das jetzt ein Tagebucheintrag war oder irgendeine andere Fiktion als Geschichte, dass man eben diese Cliffhanger ganz besonders hervorgehoben hat. Und das kann er in dem Maße hier bei der Story ja gar nicht machen, weil er ja quasi ja selber noch nicht so genau weiß, wie das Ganze am Ende ausgeht. Also das war auch das, was ja im englischen Vorwort hier drin stand, dass er eben sagt, dass er als Schreiber sozusagen sich dann damit auf die gleiche Ebene stellt wie der Leser, weil man kann eben nicht, wie bei einem Gesamtroman, einfach nach hinten blättern und dann gucken, wie es ausgeht, wenn man keine Lust mehr hat zu lesen oder so, sondern man muss einfach warten auf den nächsten Teil oder man muss eben gucken, wie geht es im nächsten Teil weiter und habe ich dann noch Lust, den nächsten zu lesen, der noch kommt. Also das fand ich halt so ein bisschen, gerade an dieser Episodenhaftigkeit sehr gut und dass die Cliffhanger nicht ganz so extrem waren, das hat für mich dann wieder so ein bisschen das ausgemacht, dass man es eben doch flüssig lesen konnte und diese kleinen Zusammenfassungen oder Rückblicke am Anfang von der nächsten Episode, die waren dann auch gar nicht mehr so intensiv. Man hat so ein bisschen drüber gelesen, weil man wusste ja, was vorher passiert ist und musste jetzt nicht einen Monat oder zwei warten. Dementsprechend fand ich das doch gelungen für mich. Und ganz kurz, um auf das Thema mit diesem Cliffhanger im Tagebuch zurückzukommen, das kann ich sogar verzeihen, weil er ja das Tagebuch schreibt, mehr oder weniger in dem guten Glauben, dass seine Freundin es lesen wird. Also dann kann ich mir schon vorstellen, dass er eben trotzdem, obwohl es nur ein Tagebuch ist, gewisse literarische Ambitionen an den Tag legt. Ja, kann man nachvollziehen auf jeden Fall. Gut. Flo, du hast gerade schon im Intro so ein bisschen einen kleinen Seitenhieb auf das Stent und auf Mutter Abigail gemacht mit der Religiosität. Ja, ich denke, wir können jetzt zu den Figuren kommen. Nee, warte mal ganz kurz, bevor wir das machen. Das hat damit zu tun. Ja, genau, meins auch. So, ich will noch einen Satz aus dem Vorwort vorlesen, der mich tatsächlich so ein bisschen beschäftigt hat. Als Ralf anrief, hatte ich eine ganze Glatte voller Seiten von The Green Mile und ich erkannte, dass ich einen Roman aufbaute, während ich meine Zeit mit dem Überarbeiten eines bereits fertigen Buches in Klammern Desperations, Sie werden es bald lesen, treuer Leser, hätte verbringen sollen. So, also er hat dieses Buch geschrieben, während mehr oder weniger Desperation schon fertig im Schrank lag. Über Desperation werden wir in der nächsten Folge sprechen, aber hier haben wir auch sehr viele religiöse Thematiken. Und jetzt ist die Frage, Flur, stimmst du mir zu, dass wir gerade eine verrückte Straßenpredigerphase haben bei King? Ähm, nein. Okay, das hätte ich gerne diskutiert. Können wir. Das, worauf ich hinaus wollte mit Mutter Abigail ist natürlich ein Trope, den er hier wieder anwendet und für den er sehr kritisiert wurde, nämlich wieder mal The Magical Negro. Ja. Also den hatten wir bei Mutter Abigail, den hatten wir in The Stand, den hatten wir, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall schon öfter. Und, äh... The Shining. Ja, ich wollte gerade sagen, mir ist der Name nicht eingefallen. Ja, Entschuldigung. Klar, The Shining meine ich auch. Ähm, ja, und hier John Coffey ganz eindeutig fällt komplett in dieses Trope. Würde ich gar nicht so sagen. Würde ich widersprechen. Also, nein, natürlich, was heißt, ich würde widersprechen? Stimmt nicht, ich würde nicht widersprechen. Ähm, Aber ich glaube, wir basteln hier mit John, äh, mit John eine Jesusfigur. Das fängt ja bei den Initialen schon an. Das geht weiter, dass wir, ähm, über, äh, Stigmata-artige Dinge, also die, die Augen, die nicht aufhören zu drehen, zu weinen, die halt wirken wie Stigmata, wie das Blut, das nicht aufhört zu fließen in den Händen und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon wieder als Religionspersiflage oder als Magical Nigo zu werden ist. Ähm, ich glaube, für diesen Trope ist er zu präsent und hat eine zu große Rolle. Na, die hatte Abigail auch. Und bei Abigail würde ich zustimmen. Ah, aber, ja, okay, vielleicht. Es ist mir zu wenig, es ist mir, es ist mir zu deutlich Jesus Christus als Figur statt eben ein, ein diffuses, überirdisches, magisches Konzept. drücken wir so aus. Ja, ja, stimmt, weil er fühlt ja auch das Leiden auf der ganzen Welt und so und, ja, ja, da hast du recht. Wie siehst du es denn, Flo? Also, auch unter dem Aspekt, dass es für dich ein Magical Nigo oder findest du sogar eher verzeihlich, dass wir jetzt hier einen schwarzen Jesus haben, der sicherlich einige erzkonservative Leser in den Wahnsinn getrieben hat. Denn diese ganze Rassismus-Thematik, die haben wir ja hier in dem Buch extrem drin. Ja, nicht nur die Rassismus-Thematik, auch die Sache Todesstraf und so weiter. Es passt schon sehr eng zusammen. Er stirbt nicht am Kreuz sondern auf dem Stuhl. Und alle wissen, dass er unschuldig ist. Ja, aber ich finde auch, warum soll ich mich zwischen einem von beiden entscheiden? Ich glaube, weil die Wirkung anders ist. Bei Magical Nigo ist eine negative Konnotation drin. Wenn wir einen schwarzen Jesus haben, ist die Konnotation für mich wieder positiv besetzt. Oder sagen wir, progressiver besetzt. Hm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dir so zustimmen würde. Ich weiß nicht, ob der Magical Negro so als negativ besetzt gilt. Der Trope, ja. Aber die Figur selbst weiß ich jetzt nicht. Nee, nee, der Trope. Ich rede vom Trope. Gut, dem Trope, da stimme ich dir zu. Nein, aber von den Figuren her würde ich sagen, ist das genau, ist es neutral. Und in diesem Fall natürlich dann geht das Ganze sehr in Richtung Jesus. Klar, da kann ich nicht, so gar nicht mit dir diskutieren, da muss ich dir leider zustimmen. Es ist, hm, ich überlege noch. Ich bin mir halt, was ich mich gerade frage, ist tatsächlich, bewerte ich das für mich, für King als Autor höher, dass es jetzt was Progressives ist, dass er jetzt eben dieses Konzept Jesus auf einen schwarzen Menschen projiziert, wäre für mich gefühlt progressiv, weil ich weiß, dass sich da viele, viele Menschen, viele, viele Leser fürchterlich drüber aufgeregt hätten. Ich glaube nicht, dass über das Magical-Nygotrope sich Leute aufregen, weil das ist ja dann wieder genau diese Exotisierung und diese Andersmachung dieser Menschen. Versteht ihr, was ich will? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wobei, also was mir nicht so in dieses Jesus-Bild passt, ist, dass ich ja Coffee über Umwege an Wild Bill recht und ihn durch Percy erschießen lässt. Das weiß ich nicht, ob das Ganze so in dieses Jesus-Bild passt, aber ansonsten natürlich ist das sehr viel drin. Ich glaube, keine Ahnung, ich habe jetzt mehr gelesen darüber, dass King das Thema mit der Todesstraf, dass er eher da gedacht hat, oh, das könnte happig werden als diese doch sehr symbolische schwarze Jesus-Geschichte. Na gut, legen wir das einfach mal auf Eis und zur Diskussion, liebe Hörerschaft und Hörerinnenschaft, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wir sind gespannt darauf, einigen wir uns darauf. Wollen wir ein bisschen weiter gehen in die Charaktere? Ich will es gar nicht so fein ausschlüsseln, aber ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt kein Gefühl für die Charaktere gekriegt. Nicht mal für John habe ich ein Gefühl gekriegt, nicht für Dell habe ich ein Gefühl gekriegt und auch für den Erzähler nicht. Weder für den Erzähler in seiner Handlungsphase im Gefängnis noch für den alten Erzähler im Altenheim. Ich habe dafür überhaupt kein Gefühl gekriegt, zu keinem Zeitpunkt. Hast du ein Gefühl zu Percy bekommen? Ja, Percy hat funktioniert und Brute hat auch funktioniert. Ja, das fand ich auch. Und ich finde, auch Dell hat bei mir einigermaßen funktioniert. Zumindest der Gefängnis-Dell, der Mörder-Dell nicht so richtig, das hat sich eingepasst. Ja, das sehe ich auch so wie du. Ja, aber ich glaube, das ist gewollt, dass der Gefängnis-Dell nicht zu dem Täter-Dell passt, weil das ist ja genau das, wie er eben sagt, er hatte genau eine Sache in sich und das war's. Ja, aber fangen wir mal mit unserer Hauptfigur an, mit Paul. Und wie du sagst, man bekommt kein richtig gutes Gefühl für ihn. Ich finde es passend, dass er von Tom Hanks gespielt wird in der Verfilmung. Der ist nämlich genauso wischiwaschi. Ich mag ihn als Schauspieler, aber der ist auch so irgendwie nichtssagend. Es ist wie es du. Es ist wie es du aus Distanz. Das ist völlig ersetzbar. Ja, und diese Figur ist halt da. Sie ist nicht unsympathisch, man geht gut mit seiner Geschichte mit, aber im Endeffekt ist sie mir egal. Was mich am Erzähler extrem genervt hat, ist, dass ich seine Altersgebrechen in der Gefängniszeit wesentlich heftiger wahrgenommen habe als seine Altersgebrechen jetzt im Altenheim. Ja, aber war das noch mehr als die Blasenentzündung und ist das ein Altersgebrechen? Nee, es wird ja auch später erst adaptiert, dass er da schon älter war. Aber ich habe ihn während der Gefängniszeit eigentlich älter empfunden als jetzt, wo er schreibt. Und das sollte nicht so sein, glaube ich. Also das Gefühl hatte ich auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also bei mir ist es eher so, um da nochmal kurz einen Rundum Einblick zu geben, ich habe mich gar nicht so sehr auf die einzelnen Charaktere an sich konzentriert, weil da muss ich auch der Dela recht geben. Da war nicht so das Gefühl für da tatsächlich. Aber wenn man so im Gesamten halt die Eigenschaften, die Einzelne von den Charakteren haben, eben im großen Zusammenspiel sieht, das fand ich eigentlich für mich so ein bisschen das Herausstechende. Deswegen so die Einzelnen, da kann ich wirklich weniger zu sagen, wobei ich tatsächlich den Paul Edgecomp als Narrator mir sehr gut vorstellen habe können. Also das hat sehr gut zu ihm gepasst, dass er diese Rolle übernimmt, diese Geschichte zu erzählen. Und für mich muss ich auch sagen, ich habe es gerade im englischen Buch sehr gut gefunden, wie er erzählt hat. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht an der Übersetzung liegt, vielleicht auch, dass da vielleicht bei manchen nicht so das rüberkam, aber ich fand jetzt im Englischen ist es für mich gelungen gewesen. Nicht überragend, aber gut. Okay, ja, kann ich mit leben, aber ich befürchte, und das ist mein Problem auch ein bisschen mit diesem Buch, und das war auch das, woran ich mich erinnert habe, dass ich das gehasst habe, ich befürchte, aber das liegt an der Entstehungsgeschichte. King erzählt ja eben im Vorwort, dass dieser Veröffentlichungsplan für ihn totaler Wahnsinn war. Und wir lesen hier über 29 Seiten, wie der jüngere Paul versucht zu pissen, mit dieser Basenentzündung. Und rumjammert, dass das wehtut, und dass das scheiße ist, und dass es nicht behandelbar ist, und bla. Ich glaube, dass wir diese 29 Seiten nur da drin haben, damit King das Buch vollkriegt, und seinen Veröffentlichungsplan einhalten kann. Es hat aber für mich eben diese ganze Alterswahrnehmung, diese ganze Gebrechlichkeitswahrnehmung von Paul komplett umgeworfen, und die stört mich dann eben in Kombination mit der Auflösung im Altenheim. Massiv. Ich nehme vielleicht jetzt schon was von meiner Bewertung vorweg, aber es hat definitiv mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Das Buch ist, auch wenn es anders herkommt, absolut nur Trivialliteratur. Deswegen ist es auch von der Geschichte getrieben und nicht von den Figuren. wie du sagst, diese Szene mit den Pinkeln, die dauert ewig, und später, gerade im letzten Buch, das ist ein Stück länger als die vorhergehenden, da hat King dann gemerkt, oh, ich habe hier noch einiges zu Ende zu erzählen, ich brauche hier noch viel mehr Platz. Klar, man merkt halt, er hat es vorher nicht so ganz durchgeplant, was er wirklich machen will. Und das fällt ihm an manchen Stellen so ein bisschen die Füße. Wenn man das bedenkt, im Großen und Ganzen, wie diese Geschichte entstanden ist, ist es ihm dennoch ziemlich gut gelungen. Ja, stimmt. Aber trotzdem, man darf hier nicht rangehen mit dem Gedanken, oh, das ist jetzt ein großer Roman mit wichtigen Themen, wie Todesstrafe, Rassismus und so, auch wenn das alles angeschnitten wird, es ist wirklich Trivial-Literatur. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, bin ich ganz bei dir. Gut, was ich hier aber lobend hervorheben muss, ich glaube, ich hatte in diesem Buch die Frauenfiguren, die ich am besten bis jetzt leiden kann und sie kommen nur am Rande vor und das ärgert mich auch wieder massiv, aber sie sind toll. die toten die toten Mädchen fand ich auch eigentlich ganz nachvollziehbar bezeichnet, aber das meine ich gar nicht, sondern Elaine, das ist seine Freundin im Altenheim und Jan ist seine erste Frau, denn wie sie ihren Wutausbruch hat, als er oder als die Truppe ihm erklärt, ja, wir wissen alle, dass der unschuldig ist, es gibt aber keinerlei Möglichkeit daran, irgendwas zu ändern, es wird so passieren, dass sie dann eben wirklich erst sich in Ruhe alles anhört, in Ruhe versucht, die Lösungen zu durchdenken und so weiter, auch lustigerweise faszinierenderweise von den Männern nicht in irgendeiner Form unterbrochen wird und dann einfach mal einen Wutausbruch hat, dass das alles scheiße ist und dass es alles Feiglinge sind und so weiter, ich fand sie fantastisch gezeichnet und auch Elaine, eben diese Standhaftigkeit, wie sie mit dem Fleber sich anlegt und so weiter, das fand ich klasse, das waren richtig tolle Frauenfiguren und ich hätte gerne viel mehr davon gehabt. Ja, sie sind wirklich nur so Grandfiguren, tatsächlich mochte ich sie aber auch. Elaine hat mich so ein bisschen daran erinnert, wir hatten ja erst Schlaflos und dann auch Golden Years. Es scheint in dieser Zeit gerne was über Rentner geschrieben zu haben. Ja, aber hier, gerade wenn wir sie mit Schlaflos und mit Golden Years vergleichen, Lois, hieß sie Lois in Schlaflos, ja, ne? Ich glaube, ja. Und die Dame in Golden Years, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die sind halt absolute Randfiguren, obwohl sie als Hauptfigur präsentiert werden. Und hier haben wir eine Randfigur, die aber tatsächlich viel mehr Potenzial für eine Hauptfigur gehabt hätte, als alle anderen Figuren in diesem Elendsbuch. Ja. Wollt ihr mir denn generell zustimmen, dass Mr. Jingles die sympathischste Figur im Buch ist? Definitiv, auf jeden Fall. Der ist so süß. Gut, mit wem wollen wir denn weitermachen? Oder wie gesagt, Percy hat für mich fantastisch funktioniert. Er ist ein richtig schönes, widerwisches, schleimiges, nach unten tretenes und nach oben buckelndes Arschloch. Der hat großartig funktioniert bei mir. Er hat, glaube ich, genau deswegen funktioniert, weil er so überzeichnet böse ist. Es ist eine Figur, die liebt man zu hassen. Ja, da bin ich ganz weit. Ja, kann ich definitiv auch meinen Senf dazugeben in der Hinsicht, dass ich euch zustimme. Und man sieht in ihm halt auch nochmal dieses Machtgehabe. Er ist ja der Neffe von der Frau vom Gouverneur und dementsprechend ja über Beziehungen an diesen Job gekommen hat, aber sonst hat nichts auf dem Kasten. Also ist für mich auch so eine gefühlte Hohlbirne einfach, die eben nichts anderes kann, als sich, sage ich jetzt mal, der Natur nach zu verhalten, nämlich, dass er das Böse ist und dass er dementsprechend auch keine andere Wahl hat, gut zu werden oder so, weil einfach die Umstände, in denen er lebt, das, was er so tagtäglich dort auch mitbekommt, dass er sich als Überlegener fühlt, das auch ausnutzt in seiner Position als Gefängniswärter, der hat mir irgendwann eigentlich ein bisschen leidgetan, weil er überhaupt keine Möglichkeit hatte, seinen Charakter oder so eine Wandlung zu vollziehen, was ja manchmal schon dem einen oder anderen Charakter gegeben wird, aber er war einfach die Darstellung des Bösen und des Grausamen, was er auch irgendwo ein bisschen in diese in dieses Setting der Todeszellen sozusagen auch irgendwo gepasst hat, aber eben mit diesem Touch der ja, der Macht, also wo wieder Machtspielereien sozusagen eine Rolle gespielt haben, sonst hätte man ihn vielleicht gar nicht dorthin versetzt oder ihn überhaupt in so eine Position gesetzt. Da muss ich wieder sagen, er erinnert mich wieder sehr an Harold aus Distant. Jemand, der eigentlich das Potenzial gehabt hätte, was aus sich zu machen, eben weil er Beziehungen hat und so weiter und so fort, der sich aber beschließt, sich lieber in seinem Selbstmitleid zu suhlen und eben nicht über seine Natur herauszugehen. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ah, ich glaube nicht, dass er nicht, ja, nee, ich glaube, er ist dort, weil er dort sein will. Das ja, da gebe ich dir recht. Genau, und ich glaube, er will auch später noch was aus sich machen, aber er möchte halt erst mal sehen, wie Menschen sterben. Ja, ja, da bin ich schon bei dir, aber ich meine halt genau diese, dass er über diese Phase nicht hinauskommt, denn er wird ja auch nicht ruhiger, als er Dale dann endlich, äh, als er seine Rache in Einführungsstrichen bekommen hat. Ja, stimmt. Also verstehst du, das wäre für mich der Punkt gewesen, wo ich hätte sagen können, okay, er hat jetzt seine Rache gehabt und jetzt hätte vielleicht ein Läuterungserlebnis kommen können. Das kam aber nicht. Aber wie Flo schon sagt, es ist trivial literaturisch, hat die nicht erwartet, diese Läuterung. Was ich, als Twist ganz lustig fand, äh, schon am Ende des ersten Bandes, äh, verrät King hier wieder, dass Percy letztendlich doch in Briar Ridge endet. Mhm. Und man denkt, ja, der ist da Pfleger oder so. Und da kommt es ja dann doch am Ende ein bisschen anders, ähm, weil er da katatonisch eingeliefert wird letztendlich, bis er stirbt. Das fand ich ganz nett, also, dass er so ein paar Sachen verrät, aber dann da doch einen Twist anbaut. Mhm. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wie steht ihr denn zu seinem, ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, Twinner, nämlich dem Pfleger im Altenheim? Denn der ist im Vergleich zu Percy an mir komplett vorbeigegangen. Den fand ich unnötig, komplett unnötig. Äh, ja, absolut. Und ich bin auch froh, dass sie den im Film, äh, rausgestrichen haben. Mhm. Ansonsten, ähm, gute, wie gesagt, fand ich cool. Da war nur eine Randgego trotz allem, aber ich muss sagen, da war eine schöne Ergänzung eben innerhalb dieses Teams. Das hat mir gefallen. Aber ich könnte euch nichts zu ihm erzählen. also, aber er hat für mich funktioniert, in der Funktion, die er hatte. Du hast ja auch mal die frühen Perry-Roden-Sachen gelesen, oder? Der hat mich so erinnert, so, der Kelt Perry, das ist dann hier Paul, und dann nebendran der etwas dumpfere Bulli. Ja, ja. Genau so, so eine kräftige Nebenfigur, sympathisch, aber... Und wesentlich intelligenter vor allem. Ja. Nö, äh, auch ein, ein komplett nicht sagende Figur, aber, äh, wirklich sympathisch, ähm, hätte ich eigentlich gerne mehr von gelesen. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ich, äh, könnte ich mir zum Beispiel im erweiterten Universum auch schon vorstellen, dass er da nochmal irgendwie aufgetaucht wäre, aber es ist meines Wissens ist noch nicht so. Aber die Typen wie ihn, die halt, die haben wir häufig, also... Was ich halt auch schön fand, ist halt dieser, dieser Gegensatz, dass jemand brutal genannt wird, aufgrund, ähm, halt seiner Körpergröße zum Beispiel, und weil er brutus ja eigentlich heißt mit Vornamen, aber vom Charakter her das totale Gegenteil ist. Und, ähm, dass jemand, so ein kleiner Pimpf wie Percy, ähm, ist, ähm, im Prinzip viel größer oder nimmt viel größeren Raum ein durch seinen, ähm, Charakter als umgekehrt. Also, das fand ich, ähm, gerade auch bei, bei Brutal, ähm, sehr schön gemacht. Aber auch, ich hätte auch gern mehr von ihm gesehen. Ich fand seine, sein Dasein ein bisschen zu weit am Rand. Also, der hätte größer wirken können, glaube ich, auch was den Namen betrifft. Ja, Ja, es sind halt, ähm, mehr Funktionen als tatsächliche Charaktere. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch wieder etwas, das bei dieser Trivial, ich nenne es immer Trivial-Literatur, das meine ich überhaupt nicht abwerten, ich lese sowas unheimlich gerne, aber, ähm, man muss halt dann schauen, wie man sowas schreibt und dann nimmt man halt, äh, nicht die komplexen Figuren, sondern nimmt Stereotype und, äh, genau so einer ist das auch hier wieder. Ja. Ähm, wie gesagt, über Del haben wir jetzt schon gesagt, wir fanden ihn ganz okay, aber eben diese Unvereinbarkeit zwischen seinem Gefängnischcharakter und seinem Tätercharakter, wie gesagt, das wird tatsächlich im Buch auch mehr oder weniger etabliert, er hatte nur diese eine Tat in sich und das war's halt, also eigentlich brauchst du den nicht wegrollen, aber ist halt so. Ähm, die Beziehung zu Mr. Jingles von Del, die fand ich toll, die war schön gezeichnet, dass eben dieser, dieser kleine Mann, der ja eigentlich total verschüchtert und verstört ist, eben dann auch mal, ja, zu seiner Bühnen, wie heißt es, zu seiner Bühnenpräsenz findet, oder wie auch immer ich's nennen will. Das fand ich niedlich, das fand ich gut. Ja, schon. Ja, die Maus bringt halt das Beste, den Leuten zu vorscheinend, bis auf Percy. Und, ähm, jetzt müsst ihr mir helfen, der Name vom Bösewicht, oder, also von, ja, die Kids. William Wharton. William Wharton. Hat der für euch irgendwie funktioniert? Da war mir völlig nichts zu sagen. Ja. Also nicht mal in seiner Bossartigkeit hat der, oder auch nicht in seinem Wahnsinn hat der für mich funktioniert. Normalerweise, ich mag ja diese fröhlichen Wahnsinnscharaktere, so fleckartig, aber davon hat er nichts. Das ist gar nichts. der ist eher ein Trashcan-Mann, ein Mülleimer-Mann, als ein Fleck. Nein, nee. Und nicht mal das. Weil Mülleimer-Mann war sympathisch. Und Mülleimer-Mann war ja einfach nur, der wollte ja beliebt gehabt werden und so. Und der wollte ja seinem Chef ein Geschenk bringen, damit er ihn lieb hat. Ein Mülleimer, ich lasse nichts auf den Mülleimer-Mann kommen. Gut, entschuldige. Nein, er ist erheblich schlechter als der Mülleimer-Mann. Er ist, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, ja, er soll dieser Outlaw sein, dieser billige Kid. Aber das kommt für mich auch nicht rüber. Er ist einfach nur ein durchgeknallter Arsch und uninteressant dadurch. Vielleicht kommt das, dass er nicht funktioniert, daher, dass er noch so jung ist und man ihn halt eher für einen doofen Hotzlöffel hält. Ja, das trifft's genau. Doofen Hotzlöffel ist genau meine Wahrnehmung. Genau, ja. Und ich trau ihm auch ehrlich gesagt nicht die Intelligenz zu, die zwei Mädels so gegeneinander auszuspielen. Das ist als Nächster. Hätte ich ihn für ein bisschen intelligenter gehalten, würde ich das kaufen können, dass er das geschafft hat, die zwei Kinder gegeneinander so aufzuspielen, dass sie sich eben nicht bemerkbar machen und so. Aber selbst das glaube ich ihm halt nicht. Missy, ich bin dir gerade ins Wort gefallen, Entschuldigung. Nein, das ist nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich euch da auch völlig zustimmen kann. Er war jetzt gar nicht so jemand, der mir jetzt groß aufgefallen ist. Da habe ich eigentlich eher drüber gelesen. Ja, da ist Percy wirklich der wichtigere Gegenspieler in der Geschichte. Gut, wollen wir, wie steht ihr denn zu dem Gefängnisdirektor? Denn da muss ich sagen, dass das als Bürokrat gerade funktioniert, aber eben auch mit dieser menschlichen Seite, das muss ich sagen, das ging. Für den hat, der taucht ja auch zu wenig auf, als dass man wirklich ein Gefühl für ihn kriegt. Aber ich muss sagen, den fand ich auch ganz gut gezeichnet. Ja, schon. Doch, das war ganz okay. Gut. Wollen wir ein bisschen szenenweise durchgehen? Gerne. Ja, da geht es nämlich bei mir schon los. Ich habe genau keine Ahnung an das Buch und ich habe es vor ungefähr zwei Wochen weggelegt. Ja, fangen wir einfach mal an, Teil 1. Der Tod der jungen Mädchen heißt das Originalbuch und im Sammelroman heißt es die zwei toten Mädchen. Genau. Und da beginnt es eigentlich damit, dass wir erst mal den elektrischen Stuhl vorgestellt bekommen. Das komplette erste Kapitel ist nur über den elektrischen Stuhl und dann kommt Koffe ins Gefängnis. Genau. Ja, und da muss ich halt sagen, ich habe den Film nie gesehen, ich kenne aber eben diese klassischen zwei, drei Ausschnitte und blöderweise hat er halt für mich auch komplett der Film alles überschrieben, was an Vorstellungskraft da gewesen wäre. Ja, geht mir leider auch so. Also ich habe den Film gesehen, ich habe ihn auch jetzt nochmal für diesen Podcast geguckt. Man hat diese Bilder halt im Kopf. Dazu ist einfach der Film zu bekannt auch und das Buch wahrscheinlich auch einfach zu nichts sagen, dass das überschrieben wird dann im Kopf. Ja, also ich habe den Film irgendwann mal gesehen, ich hatte keine Ahnung, dass er von Stephen King ist oder eine Romanverfilmung von ihm und fand den ganz gut und war dann sehr erstaunt, dass das ein King ist und ich habe ja quasi mich komplett an alles erinnern können, obwohl das echt über zehn Jahre her ist, dass ich den gesehen habe. Also bei mir ist es auch schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn für heute nochmal gucken soll, aber da muss ich auch dem Jonas recht geben, es sind einfach so präsente auch Schauspieler mit den Rollen besetzt und ich finde auch sehr passend besetzt. Vorhin hatten wir ja schon mal Tom Hanks als Paul Edge kommt zum Beispiel oder auch der Schauspieler von Percy. das passt alles super und es ist so anschaulich dargestellt, dass wirklich einfach beim Buch Lesen jetzt im Januar ich wirklich immer diese Figuren halt auch so im Kopf hatte und es war echt schwer da einen Cut zu machen und zu sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf das, was im Buch geschrieben wird, aber die kamen trotzdem immer wieder durch. Würdest du mir froh zustimmen, dass John Coffey ein bisschen die gleiche Funktion hat und das stört mich viel mehr als der Magical Negro, dass John Coffey diese Funktion hat, die der MUND-Typ aus Distent hatte. Eben diese leichte geistige Behinderung und dadurch das Magische. Denn das finde ich ist hier der präsentere Club als der Magical Negro und er stört nicht viel mehr. Ja, es ist auch vorhanden. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden und ich finde beides jetzt nicht so besonders toll. Ja, auf jeden Fall, aber gut, man kann das jetzt auch wieder wegrechtfertigen mit dem selig sind die geistig Armen und so, aber das muss ich sagen, das hat mich hier gestört. Warum kann der nicht einfach nur friedlich und mit der Welt im Reinen sein und dabei geistig gesund? Das ist wieder genau diese dusselige Verbindung zwischen zum Beispiel Trisomie 21 und dieser Verniedlichung und das kotzt mich an. Ist das aufgestoßen oder ging es nur mir so? Nee, ich verstehe sehr, was du meinst. Das stört mich auch mittlerweile sehr. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich verstehe auch, warum er es so gemacht hat, weil wäre es ein, ich sag mal, geistig normal fähiger Mensch gewesen, hätte, wäre die Geschichte eine ganz andere gewesen, dann hätte er nicht einfach versucht, da zu helfen, sondern hätte vorher vielleicht nachgedacht oder wäre nicht einfach so da heulend bei den Mädchen sitzen geblieben und die weiter im Arm gehalten und so. Nee, da widerspreche ich dir, weil das kann man, glaube ich, tatsächlich eben durch diese religiöse Epiphanie und so weiter verargumentieren oder einfach durch einen Schock oder was auch immer. Und auch diese ganze Verteidigungssituation, auch die hätte man ohne Probleme mit dem ganzen Rassismus rechtfertigen können. Ja, okay. Ich meine, der Grund ist für mich ziemlich offensichtlich und ich habe ihn schon hundertmal genannt, er macht das weil das einfach ein Stereotyp ist und deswegen weiß er, das funktioniert. Aber ja, wenn man zu viel darüber nachdenkt, stört es. Ich glaube, es ist ein Buch, über das man nicht zu viel nachdenken darf und deswegen ist dieser Podcast, es ist nicht so gut für diesen Podcast geeignet. Ja, naja, andersrum, dieser Podcast ist nicht sehr gut für dieses Buch geeignet. Weil dann fällt die Geschichte nämlich auseinander und fängt an zu stinken und zwar sehr. Nach toter Maus. Genau. Also mich hat das Ganze so ein bisschen daran erinnert, an das, was ich letztes Jahr um die Zeit mit meinem Englisch-Grundkurs gemacht habe. Falls euch das Buch sagt, was sagt To Kill a Mockingbird, ist ja super bekannt. Und Wer die Nachtigkei stört auf Deutsch. Genau. Und da geht es ja im Prinzip auch darum, dass ein Schwarzer wieder helfen wollte nur und er läuft immer da vorbei und dass es eigentlich nicht er war, der zu Unrecht der Vergewaltigung angeklagt wird. Und da hat mich das so ein bisschen daran erinnert, dass da doch die, ja, in Bezug auf Rassismus und die beginnende Segregation in den USA dann doch sehr, sehr deutlich gezeichnet wird. Also ich habe diese, ihr habt ja mit King ein bisschen mehr Ahnung als ich jetzt so. Ich lese halt ein paar von seinen Büchern ganz gerne und deswegen sind mir so Sachen wie jetzt so die Religiosität oder so Anspielungen jetzt nicht wirklich präsent. Aber eben in dem Falle diese Stereotype mit, es wird jemand mit einer anderen Hautfarbe eines Verbrechens angeklagt, wofür er nichts kann, nichts damit zu tun hat, einfach nur weil eben weiß gegen schwarz. Also dieses ich bin, jetzt fällt es mir auch nur auf Englisch ein, aber dieses Superior und Inferior. Ja, genau. Ja, aber genau deswegen denke ich halt, man hätte diese ganze Geschichte auch ohne diese Andeutung einer geistigen Behinderung genauso schreiben können und es wäre nicht, es hätte nichts geändert. Und deswegen nervt mich das so, dass wir das ausgerechnet auch noch da drauf hauen müssen, auf alle Klischees. Das ist doch nun, John ist doch nun schon eine reine Klischeefigur und dass man dann noch ein sinnloses Klischee oben drauf packen muss, nur damit wir auch das Bullshit-Bingo abgehakt haben, das wäre ja, nech. Aber kommen wir kurz zu dieser Rassismus-Thematik und da fand ich, es war eine der besseren Szenen im Buch, als Paul eben anfängt so ein bisschen nachzuforschen und dem, ich weiß es nicht genau, Prozess, Gerichtsjournalisten da den Hausbesuch abstattet und er halt eigentlich sich als völlig progressiv und Zeug darstellen will und aber eben die schwarze Bevölkerung mit wilden Hunden vergleicht und daran überhaupt keine kognitive Dissonanz feststellen kann. Das fand ich in dem Moment eine echt gute Szene. Ja, die mochte ich auch. Die hat, ich glaube, die hat ein bisschen mehr Tiefgang als so das meiste von diesem Buch, weil er hier eben diese Widersprüchlichkeit schön hervorhebt. Und ich glaube tatsächlich, das Lustige ist ja, er betont ja im Gespräch mit Janice nochmal ausdrücklich, worin jetzt die kognitive Dissonanz lag in dieser Szene. Aber ich glaube, hätte er das nicht explizit nochmal betont, hätte das von 90% der Leser keiner verstanden, dass da überhaupt eine kognitive Dissonanz drin war. Und das ist das Schöne daran. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du unterschätzt die Leser, aber nein. Ja, und das ist das Erschreckende. Gut. Dann, ja, kommen wir zu den 29 Seiten. Ich habe eine Blasenentzündung und möchte sterben. Äh, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach reine Seitenfüllerei und eben, um damit zu demonstrieren, dass John Coffey heilende Kräfte hat. Ja, gut, ist halt so. Ähm, der nächste wichtige Punkt, wie gesagt, das erste Auftauchen der Maus, fantastische Szene. Ja, die Maus, ähm, ich glaube, die vermittelt so ein bisschen Leichtigkeit, so ein bisschen Märchenhaftigkeit in dieser Geschichte. Ja, ich muss aber dazu sagen, so sehr ich die Maus liebe, und so sehr sie mir auch gefallen hat, aber ich verstehe ihre Funktion nicht. Sie hat garantiert irgendeine symbolische Funktion, aber ich verstehe sie nicht. Ich glaube, die Funktion ist Seitenfüllen. Du meinst, das ist quasi das Katzenvideo der damaligen Zeit? So ungefähr und die Maus ist halt cool und wahrscheinlich, also ich nehme ja an, dass das eigentlich wirklich eine, äh, Geschichte über die Maus war, die, äh, King persönlich kennt, die aber, äh, dann doch nicht so viel, viel von sich preis geben wollte oder nicht so viel in der Öffentlichkeit, äh, hat sehen wollen und deswegen ist der Rest der Geschichte drumherum entstanden. Ja, in Wirklichkeit sitzt die Maus in ihrem Altersheimloch und schreibt ihr Tagebuch und hat das andere alles erfunden. Genau. Ich komme gleich noch mal auf die Maus zurück, wenn wir über die Symbolik reden, aber lassen wir das erst mal. Ja, Missy? Ähm, ich muss die ganze Zeit gerade nur so ein bisschen lachen, weil, ähm, ähm, erst mal, du, du hast die, die Einführung eben in diese eine Szene so total trocken, ne, und so, ich finde das immer genial, wie du das machst, ähm, da komme ich immer nicht aus dem Lachen raus und, ähm, was die Maus angeht, ne, ich habe mich jetzt, äh, symbolisch auch nicht wirklich damit befasst, aber das Einzige, was mir halt wieder so ein bisschen, ähm, ähm, ja, vor Augen geführt wurde, war halt einfach noch mal diese, diesen extremen Unterschied zwischen dem großen, starken, ähm, aber trotzdem eben sanften John Coffey und dann dieser kleinen Maus, ja, weil im Prinzip, ähm, wie, ähm, wie er ja auch quasi die Maus wieder zum Leben erweckt und, ähm, dieses, ähm, dieses Feinfühlige, was man ja mit seiner Statur und diesen, in den großen Händen und alles, ähm, überhaupt nicht, ähm, in Verbindung bringen würde, da würde, da würde man eher sagen, fasst die Maus nicht an, du machst sie eh kaputt und, ähm, dass das eben noch mal so ein bisschen für mich, äh, die Verstärkung war, eben halt, ähm, auf die Verbindung von John Coffey mit, ähm, mit den anderen, also mit, ähm, mit Lacroix zum Beispiel und aber auch eben noch mal diese, dieses Größenverhältnis, dieser Riese und diese kleine Maus und, ähm, da einfach das, und die, die, die John-Coffey-Figur noch mal unterstützt hat. Mmh, ja. Ich denke auch, dass die Maus so ein Indikator für den Leser ist, ähm, um festzustellen, welche Figuren soll ich jetzt mögen und welche nicht. Ja. Je nachdem, wie man mit der Maus umgeht, weiß man, aha, das ist ein Guter, das ist ein Böser. Ja, das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Gut, ähm, kommen wir zu Dels Hinrichtung beziehungsweise zu der, zu dem Gespräch vorher und das muss ich sagen, das, das, das hat getroffen bei mir, also, als sie dann eben, eben erzählen, wie sie der Maus da ein feines Zuhause in diesem Mauszirkus geben und so und ich glaube, in dem Moment tatsächlich, ja klar, das gehört zum Job, dass sie dem alles erzählen, was er hören will, sehe ich ein, aber ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht, während die Maus nicht schon selber abgehauen, ich glaube nicht, dass es einer von denen wirklich fertig gebracht hätte, die einfach auszusetzen. Ne, denke ich auch nicht. Die haben sich so an die Maus gewöhnt, ähm, die Maus ist irgendwie so, so ein Teil, die in dieser ganzen, Teil der Mensch auf Teil des Schiffs. Ja, nein, dieses, die Todeszeile ist ja doch eine bedrückende Arbeitsstätte und ich glaube, da ist so, die Maus ist so ein bisschen, ein bisschen Freude, ein bisschen Unschuld, die da ist und das ist, glaube ich, auch für die Wächter, bis auf Percy, eine willkommene Abwechslung und sie hat ja auch auf die Leute oder auf viele der Leute so eine beruhigende Wirkung. Ich denke, dass Paul gar nicht so stört, dass er das sehr gerne hinnimmt, dass die Maus da ist und diese Aufgabe erfüllt. Reden wir über Dels in Richtung. Die war erstaunlich eklig selbst für einen King-Roman und ich glaube, das ist auch Absicht, weil wir eben in so ein trivialer Literaturwerk doch deutlich Reize setzen müssen, damit die subtile Kritik an so Dingen wie Todesstrafe beim Leser ankommt. Unterstützt ihr da meine Theorie? Ja, grundsätzlich ja. 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 Aber bleiben wir gerade dabei, ist das Ganze wirklich in euren Augen ein Plädoyer gegen die Todesstrafe? Nein. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Anders. Nein, es ist kein Plädoyer gegen die Todesstrafe. Es ist natürlich auch kein Plädoyer dafür. Es ist aber, glaube ich, ein Aufzeigen und Klarmachen von von Konsequenzen, sage ich mal, um dieser Diskussion und dieser Debatte das Heuchlerische zu nehmen. Können wir uns darauf vielleicht einhängen? Ich denke, es sind einige Punkte dabei, die wirklich heuchlerisch sind, die King hier aufführt. Auch, ja. Er geht nur nicht so drauf ein, dass es einem dann wirklich auffällt. Ja, aber führ das mal aus. Das ist, glaube ich, da bewegen wir uns auf einen guten Punkt zu. Also, ich fange mal an, Punkte, die gegen die Todesstrafe sprechen. Man wird hier so an die Verurteilten herangeführt und auch an die, ich sage jetzt mal Henker, dass man mit ihnen mitleidet, dass man sie als Menschen erkennt. Und wie du sagst, diese Hinrichtung wird auch so eindrücklich dargestellt, dass man nicht anders kann, als zu sagen, das ist doch unmenschlich, jemanden so umzubringen oder überhaupt jemanden umzubringen. Nee, ich glaube, das ist genau der Plattpunkt. Es geht nicht genau darum, nicht jemanden umzubringen, sondern jemanden so umzubringen. Ja, da komme ich gleich. Lass mich gerade noch als letzten Punkt, der so für gegen die Todesstrafe ist. Es wird ja auch genannt, dass viele Randgruppen, Minoritäten, also Schwarze zum Beispiel, dass die wirklich bevorzugt hingerichtet werden und die Weiße dann doch öfter mal davon kommen. Darauf geht er ein. Aber er hat genauso viele Punkte auch, die eben nicht gegen die Todesstrafe sprechen. Allein schon die Hauptfigur. Paul schreibt in sein Tagebuch, dass er nur in diesem einen Fall von Coffee wirklich Skrupel hatte, jemanden hinzurichten. Sonst ist es ihm eigentlich scheißegal. Also selbst bei Del, gut, er will nicht, dass er so stirbt, wie er dann letztendlich stirbt, aber die Hinrichtung, ja, er ist halt schuldig, er muss halt hingerichtet werden. und dann das, was du eben schon gesagt hast, dass diese Brutalität, also Verfechter der Todesstrafe sehen das ja nicht als Negativpunkt. Die sind ja froh, wenn der Täter auch noch leiden muss, bevor er dann stirbt. das ist keine klare Ablehnung. Ja, ich will dir an der Stelle zwei Zitate gleich um die Ohren schmeißen. Moment, ich muss ihn noch kurz zurückrennen. In gewisser Weise war das das Schlimmste. Old Sparky verbrannte nie, was in ihn war und das Gift, das man ihn heutzutage injiziert, bringt es nicht zum Schlafen. Es entkommt, springt zu jemand anderem, sodass wir nur Höhentüten, die ohnehin nicht mehr wirklich leben. Das ist das eine, was ich mir dazu rausgeschrieben habe? Und das andere, Leute, die sich die Zeit nehmen und sich die Mühe machen, um Mitternacht zuzuschauen, wie ein Mensch stirbt, haben einen besonderen, dringenden Grund dabei zu sein. Und wenn die Hinrichtung eine angemessene Bestrafung darstellen soll, dann muss dieses Bedürfnis befriedigt werden. Sie hatten einen Albtraum erlebt. Der Zweck der Hinrichtung ist es, ihnen zu zeigen, dass der Albtraum vorbei ist. Vielleicht funktioniert das sogar manchmal. Und ich glaube, dass die zwei Sachen sind genau die, die die ganze Diskussion für mich so ein bisschen zusammenfassen. Ja, es gibt ja noch einen weiteren Punkt, nämlich dann so diese Frage, ja, aber mit Koffi wird ja eigentlich ein Unschuldiger hingerichtet. Was ist denn damit? Da stellt sich mir die Frage, ist Koffi wirklich so unschuldig? denn eigentlich lässt er Percy und den William offen gewissen. Ja, Percy, er lässt ja William durch Percy erschießen und eigentlich zeigt er dadurch auch, dass diese Jesusfigur eben auch den Tod als Bestrafung akzeptiert und denkt, es gibt Menschen, die den Tod verdienen und dafür sorgt. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der so gar nicht gegen die Todesstrafe hier spricht. Ja, also da bin ich komplett, hundertprozentig voll bei dir. ich glaube, wie gesagt, nur, dass gerade diese, also die Diskussion, er will nicht in die Diskussion eingreifen, für mich ist es mehr, dass er, ich glaube, für die meisten Menschen, die da denken, das ist halt Todesstrafe, ist halt, der Schalter wird umgelegt, der ist tot, bumm, fertig. Ich glaube, indem er eben gerade diese extrem, extrem, extrem widerliche Beschreibung da macht, und ja, auch deklariert, das ist nicht so, wie es gedacht ist, bringt er einerseits raus, ja okay, es ist schon schlimm genug, so wie es gedacht ist, aber es gibt halt die Möglichkeit, dass das sadistische Menschen auch noch ausnutzen können. Ich glaube, das ist nur dafür dann, diese, dieses Gefühl der Konsequenzenlosigkeit aus der Diskussion zu nehmen, dass eben, während sie diskutieren über dieses Thema, alle zumindest wenigstens erstmal mit den Fakten arbeiten und dann eine Diskussion draus werden kann. Aber bei den meisten ist es ja so, dass sie eben denken, ja gut, Schalter wird umgelegt, puff, tot, ohne dass das eine große Konsequenz hat, weder für die Leute, die das machen müssen, noch für die Leute, die es erdulden müssen. Verstehst du, was ich meine? Ja, und große Konsequenzen hatte das Ganze sowieso nicht, also die Geschichte, denn ich habe nirgendwo was gefunden, dass es tatsächlich zu einer Diskussion über die Todesstrafe geführt hätte. Die Leute haben viel mehr über das Format des Buches diskutiert, also über den Inhalt. Habt ihr zwei dazu noch eine Meinung? Also, als ich im Vorwort gelesen habe, dass er ja schon immer irgendwie früher oder später sich mit dem Thema elektrischer Stuhl befassen wollte und dann so beschrieben hat, wie es ist, den Gang langzulaufen oder wie es ist, den Schalter umzulegen oder wie man sich fühlt, wenn man auf dem Stuhl sitzt und die Gurte angelegt bekommt und so weiter, dann hätte ich eigentlich damit gerechnet auch, dass das vielleicht noch ein bisschen intensiver irgendwo vorkommt, aber dann in so einer krassen Szene das Ganze einfach zu kombinieren, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet und ich muss auch sagen, dass das schon irgendwie so dieses klar, es gibt die Todesstrafe in den USA und es gibt den elektrischen Stuhl, es gibt andere Möglichkeiten auch die Todesstrafe auszuführen, aber dass eben gerade wenn jemand schon vom Gesetz her umgebracht wird, den dann auch noch so brutal hinzurichten, weil es sollte ja eigentlich eher eine ja doch eine menschliche Hinrichtung sein, also dass quasi zumindest ein ein bisschen Würde demjenigen noch gegönnt wird sozusagen, egal welche schlimmen Taten er verbracht hat, dass das wirklich so, also man konnte das Verkokelte förmlich riechen durchs Lesen, also das fand ich halt schon sehr, sehr extrem und damit hätte ich halt nicht gerechnet, weil er vorher, wie gesagt, eher so ein bisschen auf die Vorstellungsebene geht, so wie fühlt man sich dabei, wenn man eben da sitzt und so weiter, also mehr in das Innere des Menschen und nicht in den Akt der, des Ausführens der Todesstrafe selber. Was für mich hier noch drin ist, thematisch, ist glaube ich, welches Leben ist es wert unbedingt zu retten und wie legen wir das fest, denn woher nimmt er sich, also einerseits ist dieses Verurteilende da drin, dass John Coffey ja auch irgendwie das Gesetz in die eigenen Hände nimmt, indem er eben William über Bande quasi umbringen lässt, wobei ich dazu auch noch eine Theorie habe, da kommen wir aber gleich drauf und andererseits, woher nehmen wir uns jetzt das Recht, dass Paul darüber entscheidet, dass die Frau des Direktors ein Leben ist, das es wert ist, gerettet zu werden und damit göttliche Kräfte anzuzapfen, nur dann mit die, also es ist für mich so ein bisschen ein Thema von Vorherbestimmung und ob du dem Folge leistest oder ob du dich dagegen wehrst oder halt eingreifst, ob das jetzt durch Todesstrafe ist oder eben durch Retten von Menschen. Ja, also ich finde, wenn man helfen kann, dann hilft man, das ist so. Ja, aber das ist ja der Punkt, der Frau helfen sie, aber John Coffey helfen sie nicht. Ja, sie haben aber alle Möglichkeiten durchgespielt, wie sie es machen konnten und das Einzige wäre dann gewesen, irgendwie zu befreien und das will John nicht. Das beziehen sie aber auch nicht ernsthaft ein in die Überlegung. Naja, ich meine das Argument, dass der dann wahrscheinlich den nächsten Lünschmuck in der Arme rennt, okay, das verstehe ich schon auch, aber so richtig wirklich in Betracht gezogen, den einfach laufen zu lassen, haben sie halt auch nicht. Also soweit ich weiß schon. Das Argument war, wir könnten das machen, aber dann läuft er halt wenigstens wahrscheinlich den nächsten Lünschmuck in die Arme, weil er eben geistig behindert ist und das gar nicht wissen würde, wie er jetzt klarkommen soll. Ja, aber ich meine, sie bieten es ihm auch an und er sagt, nee, ich will nicht mehr, es ist so viel Leid da draußen, ich bin das Leben satt. Da geht es nur um die Todesstrafe, nicht darum, ob sie ihn freilassen. Gerade diesen Punkt finde ich wieder sehr stark auf diese Jesus-Geschichte bezogen. Ich habe keinen Bock mehr, sondern mehr so ein ja, ich sterbe für eure Sünden. Wird hier nicht so klar, aber so kommt mir das wirklich vor. Ja, aber ich glaube tatsächlich schon, Koffi auch diese Last, die er trägt, sagen wir es so. also ich glaube, hier habe ich tatsächlich nicht dieses altruistische reingelesen, was eben dieses Sterb für eure Sünden gewesen wäre, sondern ihr seid alle scheiße und ich habe keine Lust mehr, mir mit euch einen Planeten teilen zu müssen. Vielleicht geht es mir dann besser. Und das fand ich eigentlich auch an einer Jesusfigur die glaubhaftere Reaktion. Ja, ja doch, ich sehe deinen Punkt. Ja, und um noch mal auf Will Worten zurückzukommen, von wegen, er hat ja wen getötet. Technisch gesehen ja, aber er hat das ja nur vorgezogen im Prinzip. Hat Worten schon definitiv seine Anklage wegen Modus? Ja. Er ist im Todestag. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, und vor allem der zweite Punkt ist ja, und da kommen wir vielleicht mal auf die Szene mit der Heilung von der Frau. Diese ganze Befreiungsaktion, die sollte spannend sein, die war aber nicht spannend, fand ich. Wie ging es euch? Also diese Schmuggelaktion, nicht Befreiungsaktion. Ach, die fand ich ganz okay. Es war halt nicht super spannend geschrieben, aber war spannend genug, dass es nicht langweilig war. Ja, aber hast du zu irgendeinem Punkt gedacht, dass das anders ausgeht, als es ausgeht? Nee, da ich den Film gesehen habe. Und ja, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn nicht. Und außerdem verrät ja ganz am Anfang ja schon, dass Koffe hingerichtet wird. Also es musste auch irgendwie so laufen, wie es dann gelaufen ist. Ich fand es nett, es war halt die Episode des Monats. Ja. Ja. Naja, gut, aber dann sind wir da und heilen diese Frau des Direktors. Und hier kommt für mich wieder ein Punkt rein, ob John tatsächlich über Bande William umgebracht hat oder ob er einfach den Dingen quasi den Lauf gelassen hat. Weil, das habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich da falsch liege oder nicht. Aber es wird ja diese charakterliche Veränderung von der Frau beschrieben. Wie sie eben obszön ist, wie sie anfängt zu fluchen und so weiter und Leute zu beschimpfen. Wie sie eben in Anführungsstrichen einem Wahn verfällt. Das ist für mich wichtig insofern, weil John ja diese Krankheit in sich aufsaugt, also diesen Wahnsinn und den Wahnsinn weitergibt. Aber es hätte ja genauso sein können, dass Percy eben nicht anfängt, wild um sich zu schießen, sondern dass einfach Percy nur anfängt, wild zu fluchen und tot vor sich hin umzufallen irgendwann. Diese Tatsache, dass er gewalttätig wird, ist in der Etablierung von dem Krankheitsbild, das er in sich aufgenommen hat, erstmal noch gar nicht drin. Und dieses Wissen John zu unterstellen, finde ich auch schon wieder schwierig. Ja, da bin ich vielleicht beeinflusst, weil ich gestern den Film noch mal gesehen habe, bevor ich die Zusammenfassung gemacht habe. Und da sagt John, ich habe die zwei bösen Männer bestraft. Ja, da weiß es also definitiv. Genau, ich weiß nicht mehr, wie es im Buch war. Wie seht ihr das? Also für mich, ja klar, er kann William nicht leiden, aber als Jesusfigur würde ich bei ihm davon ausgehen, dass eben genau der Punkt kommt, ja, da sitzt eh im Todestrakt, der kriegt seine Strafe. Aber jetzt quasi, ob ich jetzt als Unschuldiger auch mit draufgehe, ist jetzt erstmal egal. Aber ihn müsste er nicht mehr bestrafen. Percy muss er bestrafen. Da sehe ich einen, weil er ist ein böser Mensch. Da würde es aber eben reichen, wenn er ihm diese Krankheit gibt. Und das ist ja im Prinzip erstmal alles, was er tut. Dass die Krankheit sich dann so materialisiert, dass der William erschießt, das ist ein Wissen, das ich schon nicht unterstellen würde. Ich würde jetzt hier dann in der Verbindung mal ganz biblisch gehen. Okay. Nur weil er im Todestrakt sitzt, heißt das ja nicht, dass er ein, na gut, er ist ein schlechter Mensch, ja, aber wir haben ja Del, wir haben Coffee, wir haben andere Figuren, die eben im Todestrakt sitzen und nicht dieses Böses sind und Jesus hat ja auch kriminelle Genau. Als Freunde gehabt, wollte ich das nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ja. Die Vergebung, ja, auch gut, er kann all diesen Figuren vergeben, aber dann Billy the Kid nicht. Und deswegen nimmt er das in die eigenen Hände und sorgt dafür, dass Percy den Mann bestraft. Aber das sehe ich nicht etabliert. Ich würde das vollkommen nachvollziehen können, aber ich sehe das nicht etabliert in der Geschichte, weil wir diesen Aspekt, dass diese Charakterveränderung und diese Boshaftigkeit und Obszönität und so weiter, die wird etabliert als Symptom der Erkrankung von der Frau. Das ist Fakt. Es wird aber nicht etabliert, dass die in irgendeiner Form aggressiv gewalttätig oder irgendwas wird. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass John weiß, dass wenn er die Krankheit Percy gibt, der aggressiv wird. Sondern ich würde ihm nur unterstellen, er gibt ihm die Krankheit, damit er dran verreibt, Percy. Aber nicht, damit er jemanden anderen mitnimmt. Ich würde sagen, er gibt ihm nicht die Krankheit, sondern er saugt diese, ich nenne es mal aus Ermangelung der richtigen Worte, diese dunkle Energie der Krankheit und gibt diese weiter, nicht die Krankheit direkt, wie das dann bei Percy sich manifestiert. Das ist wieder noch was ganz anderes. Das ist aber die Frage, kann er das wissen, wie sich das bei Percy manifestiert? Ich würde sagen, ja, rein gefühlsmäßig. Als Jesus, ja. Ja, geht mir auch so. Und ich finde auch, dass Jesus das widerspricht da nicht, weil Jesus ist Gott, aber ist auch Mensch. Und als Mensch hat man Emotionen und Gefühle und lässt sich manchmal von denen hinreißen. Verstehe ich vollkommen. Das bin ich ganz bei euch. Aber wie gesagt, da kommt für mich wieder rein, er hat gesehen, was William tut oder getan hat. Er weiß, der kriegt seine Strafe sowieso und den brauche ich mich eigentlich nicht kümmern. Denn, das ist ja auch wichtig, er hat ja William nicht selbst angefasst, sondern er wurde angefasst. also er hat ja den Kontakt nicht gesucht, sagen wir so. Das ist der erste. Das heißt, der Fall ist für mich und schon Coffees für ihn erstmal abgehakt. Derjenige, der eben nicht seine natürliche Strafe bekommt, ist Percy, weil der ja auf der anderen Seite der Zelle steht. Also müssen wir bei ihm, weil wir ja Mensch sind und Gefühle haben und Rache gelüste und was weiß ich was, den müssen wir bestrafen, dem geben wir also diese Krankheit. Aber oder diese Energie oder wie auch man das nennen willst. Ich glaube einfach nicht und das sehe ich einfach nicht etabliert, dass das geplant war, dass Percy dann eben quasi über Bander den William noch mitnimmt. Ich glaube, es hätte einfach nur für John wäre es genügend gewesen, dass der katatonisch in der Ecke sitzt und ausgefecht ist. Denn er hatte damit keine Schuld auf sich geladen, in Anführungsstrichen, weil katatonisch ist dann halt Pech. Und es wäre das Gleichgewicht geworden. Die Guten kriegen die Krankheit weggenommen, die Bösen kriegen sie. Aber er hat niemanden aktiv umgebracht. Ja, ja, aber ich würde dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt Percy beeinflusse, dass er Warton tötet, dann kriegt Warton seine Strafe früher und ich bekomme es mit. Warton ist vor mir dran. Ja, okay. Ja, aber vielleicht will er Warton auch für das bestrafen, was er getan hat mit den Mädchen, denn dafür sitzt er ja nicht im Gefängnis, das weiß ja eigentlich kaum jemand. Er sitzt ja für diesen anderen Mord, was hat er, ich glaube, er hat eine Schwangere und andere Leute erschossen bei dem Raubüberfall. Vielleicht will er sehen, dass er auch für den Mord an den Mädchen bestraft wird und das ist eben das, was er dann macht. Aber das erzählt er ja auch keinem. Diesen Punkt finden sie ja raus bei ihrer Recherche, dass es eben William war. Das hat ja John nie erzählt, in keiner Form. Er hat einfach nur ausgeführt, dass er das weiß. Okay, vielleicht. Aber er hat nie in irgendeiner Form eben diese Zeugnis darüber abgelegt. Verstehst du, wie ich meine? Und damit ist es ja für die Welt egal, für welche Rechnung er bezahlt hat. Ich glaube, ihm ist auch egal, was die Welt denkt. Er versucht ja auch nicht seine Unschuld zu beweisen oder was. Ja klar. Es ist ihm egal, dass die Welt denkt, er hätte die beiden Mädchen umgebracht, aber es ist ihm glaube ich wichtig, auch wenn er es nicht so ausdrücken kann, dass die Strafe den richtigen trifft. Und wenn er der Einzige ist, der das weiß, ist egal, das gibt ihm aber auch nochmal ein Stück Seelenfrieden. Aber die Strafe hätte doch sowieso den richtigen getroffen. Aber nicht für das Verbrechen. Nein, aber das ist ja egal. Also in dieser Jesus-Mentalität müsste das egal sein, weil der liebe Gott weiß eh alles und die Kulmination dieser Eierverbrechen, für die wird er bestraft und für die wird er gerichtet. Dadurch, dass er der liebe Gott weiß, brauchen wir dem jetzt keine Einzelaufstellung zu geben, warum der oder wen der alles umgebracht hat und warum wir ihn jetzt hinrichten. Er wird definitiv hingerichtet. Ende der Sache. Ich glaube, wir können hier so lange darüber diskutieren, wie wir wollen. Das Buch verrät es einfach nicht, weil darum geht es nicht. Es ist Trivial-Literatur. Ja, stimme ich dir zu. Aber anders, warum glaubt ihr denn, haben wir die Symptome dieses Hirntumors oder was auch immer, als was es dargestellt wird, dann so geschildert, wie sie geschildert werden? Warum brauchst du bei diesem Gehirntumor eine Obszönität? Wenn es nicht darum geht, dann habe ich es nicht verstanden. Ich glaube, es ging nur darum, diese Frau ganz anders darzustellen, als dass sie ist und eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Okay. Ja. Und diese Verhaltensänderung, die gibt es bei Percy ja auch gar nicht. Er tut quasi nur das... Doch, er wird auf einmal ruhig und ist auf einmal effektiv. Ja, das schon, aber es hat halt eine ganz andere Auswirkung. Er wird im Endeffekt katatonisch. Was die Frau ja ganz und gar nicht war. Um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen, dass er nicht die Krankheit, sondern diese dunkle Energie aus ihr raussaugt, möchte ich den Exorzisten anführen. Da ist ja auch dieser dunkle Dämon, der das Mädchen besetzt, sorgt ja auch dafür, dass sie Dinge sagt und macht, die sie sonst nie macht. Jesus fickt mich, Jesus fickt mich. So vermute ich das das hier auch, dass es wirklich die Krankheit eher symbolisch ist. Ja, ich will auch nicht weiter auf den Punkt umreiten, aber für mich ist einfach die entscheidende Frage, und die wird da gebe ich euch recht einfach nicht geklärt, inwieweit John, während er diese Energie weitergibt, bewusst ist, welche Konsequenzen es hat. Für Dritte, nicht für Percy. Die Konsequenz für Percy, vollkommen klar. Aber eben die Konsequenz, dass er noch Dritte mitnimmt, das ist für mich zweifelhaft. Aber wie gesagt, das wird definitiv nicht in irgendeiner Funke geklärt. Ich will das nur als Punkt, wo ich mich dran festgebissen habe, klar gemacht haben. Gut. Wir haben die Frau geheilt, wir haben John wieder zurück im Gefängnis, wir haben schon hingerichtet, Thema durch. Ja, dann müssen wir noch den Handlungsstern im Altenheim abschließen. Ja, weswegen der Teil auch erheblich länger ist als die anderen fünf. Da ist King dann noch eingefallen. Ach, da war ja noch was. Ja, ich fand da auch zu viel reingepackt. Ich fand es süß mit der Maus am Ende, aber dass er dann noch wirklich Pauls Lebensgeschichte noch bis, also gut, er breitet sie nicht aus, aber er erzählt ja dann doch noch einiges, hätte ich drauf verzichten können. Nein, und vor allem fand ich das absolut unlogisch. Ich sehe vollkommen ein, dass John heilen kann, aber ich kann absolut nicht einsehen, dass er unverletzlich macht. Und er macht die Maus anscheinend unverletzlich und er macht Paul unverletzlich und das ist beides in keiner Form etabliert und das kommt völlig außen nichts und das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, das fand ich auch nicht gut. Ich verstehe, wenn er jetzt erzählt hätte, ich bin seitdem hatte ich vielleicht, er sagt ja, hatte ich mal ein, zwei Erkältungen oder sowas. Genau, genau, das ist okay. Das hätte ich vollkommen akzeptiert, aber dann diese Geschichte mit dem Unfall, wo er einfach dann da aus den Trümmern steigt, das hat nicht gepasst. Missy, wie ging es dir mit dem Schluss? Also ich musste erst mal jetzt das ganze vorherige verdauen, ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen mit euren Ausführungen, aber ist auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, guckt er ja nicht so extrem in die Tiefe. Der Schluss. Ja, also ich fand auch, dass dann plötzlich doch irgendwie so dieses, ja, so dieser Aspekt des übernatürlichen langen Lebens irgendwie so mit reinkommt, hat den Schluss für mich tatsächlich auch ein bisschen versaut und auch wieder so ein bisschen in, nicht unbedingt ins Lächerliche gezogen, aber das, was vorher so schön eigentlich aufgebaut wurde, mit den ganzen, das ganze Zusammenspiel der Charaktere und so weiter, das ist dadurch irgendwie wieder verloren gegangen. Okay, und Jonas, wie ging es dir mit dem Ende? Ich sehe das ähnlich wie ihr, also ich verstehe nicht ganz, wie es dazu gekommen sein kann. das lange Leben würde ich noch irgendwie verstehen, dass er da irgendwie was von seiner Lebenskraft oder so abgegeben hat, weil man weiß ja auch nicht, wie lang der schon überhaupt über die Welt läuft, John und so weiter, das verstehe ich aber, dieses Unverletzbare, das hatte ich auch wieder ganz vergessen, bis ihr es gerade wieder gesagt habt, das hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir in der Szenenbesprechung so weit durch oder habt ihr noch was, was ihr unbedingt sagen wollt? Nö. Nee, hab nix mehr. Dann gehe ich mal in die Symbolik. Wir haben ja mehrere Themen drin, wir haben eben ganz, ganz groß und klar und das hat King selbst auch bestätigt, dass diese initialen John Coffey für Jesus Christ, also Christus stehen, eben diese ganze Messias-Figur diese ganzen überdeutlichen Kräfte und Mächte und so weiter, die Sanftheit und Gutmütigkeit, das Heilen, natürlich auch die Lazarus-Thematik mit der Maus und eben diese nie enden wollenden Ströme von Tränen ist eben genau diese Referenz auf die Kreuzigung beziehungsweise eben auch auf die Stigma der Geschichte und so weiter und so fort. Und wenn man es genau nimmt, stirbt er ja auch wie die Sünden eines anderen dann am Kreuz. Genau. Nicht Kreuz, aber ja. Und eben versucht nicht zu fliehen, versucht nicht gegenseitig aufzubegehren und so weiter. Dann haben wir ja gerade schon erwähnt, wie gesagt, wir haben dieses Selig sind die geistig Armen, was mich fürchterlich aufregt im Kontext von King als Trope, das aber eben im Sinne der ganzen Bibelsymbolik schon wieder irgendwo ein bisschen Sinn macht. Wir haben den Magical Negro drin, wir haben aber eben quasi das Ganze so ein bisschen überdeckt durch diese ganze Jesus-Geschichte. Und wir haben drin, und das ist wieder der einzige Punkt, den ich zur Maus gefunden habe, wie die Maus eben vor diesem Schreibtisch steht, die halt das Symbol ist, wie die Menschheit zu Gericht steht vor dem Altar des Gottes diese Gerichtbarkeit und so weiter und so fort. Und dass es eben Menschen gibt, die sich davor fürchten müssen und andere nicht. Das wäre es für mich erstmal zur Symbolik gewesen. Achso, eine Sache habe ich noch, Moment. Ich habe hier noch eine schöne Bibelanspielung. Mein erster Gedanke war, dass er wie ein schwarzer Samson aussah, den Delilah mit ihren kleinen treulosen Händen geschoren und ihm damit alle Lebensfreude genommen hatte. Die fand ich auch noch ganz hübsch. Ich habe gerade noch eine Idee, lass mir aber kurz noch was dazu lesen. Okay. Habt ihr erstmal noch Erkennungen zur Symbolik ihr anderen? Nee, zur Symbolik nicht. Nö, du hast eigentlich auch alles soweit genannt, was ich mir noch notiert hatte. Das Einzige, was ich noch ganz cool fand, so ein bisschen als Metapher, war halt einfach, dass der Electric Chair als Old Sparky betitelt wird, wo ich auch nicht genau wusste, warum, also ob das nur so eine, ja, quasi so ein Spitzname ist, der irgendwann mal gefallen ist, unter den Wärtern oder so, weil, ne, Spark im Sinne von Funke und Elektrizität, bei Old Sparky, das könnte ja auch einfach ein alter Hund sein, ja, also wenn man den Namen nimmt, dann hat er ja eigentlich nichts Besonderes, ich hab mir dann gedacht, naja, vielleicht soll das auch noch mal so ein bisschen die, ja, vielleicht den Insassen die Angst nehmen, ja, also in Sinn, kann ich an der Stelle gleich mit Zitaten dich wieder zuwerfen? Ja, darfst du. Die Insassen machten Witze über den Stuhl, die Menschen immer über Dinge scherzen, die ihnen Angst einjagen, aber denen sie nicht entkommen können. Genau, das passt sehr gut. Old Sparky ist aber tatsächlich der Spitzname des elektrischen Stuhls in diversen amerikanischen Bundesstaaten, der wird im Englischen so als Synonym tatsächlich verwendet. Ah, sehr interessant. Habe ich gerade rausgefunden, ja. Ich habe noch was, gerade eben, als du über die Maus und die Symbolik gesprochen hast, musste ich an John Steinbeck denken, von Mäusen und Menschen. Dort haben wir ja auch diese große, leicht zurückgebliebene Figur, die eines Verbrechens beschuldigt wird, das sie nicht begangen hat. Geistig habe ich jetzt noch nicht so ganz die Verbindung gezogen, aber ich glaube, da könnte auch eine sein. Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall durchaus recht. Das hat viele davon, ja, auf jeden Fall. Und mir ist das vorhin auch schon aufgefallen. Ich wollte das eigentlich auch vorhin schon anbringen, aber wusste nicht genau wo. Und dann ist mir eingefallen, dass es auch schon echt lange her ist, dass ich Of Mies and Men im Englisch LK in der Schule gelesen habe. Das Einzige, was mir halt so ein bisschen auch in Bezug auf den Titel und die Figuren als Parallele vorkam, war halt wieder dieser Größenunterschied. Dieser große, eher vielleicht tollpatschige in dem Falle bei Of Mies and Men, ist ja eher nicht so der sanfte Riese wie jetzt John Coffey, sondern eher so ein bisschen der Tollpatschige, dem dann halt auch noch mal was passiert. Und dieses Größenverhältnis eben dann mit der kleinen Maus, die dann demjenigen quasi irgendwie gegenübersteht sozusagen. Und da ist ja auch bei John Steinbeck die Symbolik im Titel ja auch mit drin. Okay. Wollen wir kurz über die Querverbindungen reden? Ich hab nicht allzu viele, aber ich würde anfangen und dann Flo ergänzt du, wenn dir noch was einfällt? Gerne. Ich hab hier wieder ein Zitat und als John Direktor Moors entgegentrat, war es dieser andere Geist, etwas Weißes, so sehe ich das, etwas Weißes, der die Kontrolle übernahm. Das andere Ding verzog sich nicht, aber ich spürte, dass es sich zurückzog, wie die Schatten vor einem plötzlich erstaunten Licht. Und da haben wir halt wieder diese ganze Thematik des Weißen, wie wir es aus dem Turm kennen, wie wir es aus Es kennen, wie wir es aus Schlaflos kennen, also dieses ganze große Universum, was da mit dran hängt. Und zu Schlaflos hab ich noch eine Verbindung, die dann natürlich auch wieder mit dem Turm zusammenhängt, mit Blechmützen, wie in einem Film von Cecil B. Demeux. Wir waren Zenturionen, schätze ich. Und die werden ja in Schlaflos auch eindeutig so betitelt. Ja, ansonsten hab ich tatsächlich auch keine. Das ist tatsächlich ein ziemlich unabhängiges Werk von King. Nachdem gerade in den letzten Büchern doch wieder einiges war, ist das auch mal ganz entspannt. Ja, wir haben halt hier noch, wie gesagt, viele ältere Charaktere, dadurch schon wieder einen verrenteten Hauptcharakter haben, was wir ja, wie gesagt, auch bei Schlaflos zum Beispiel haben. Ja, die Gefängnisthematik. Gefängnisthematik haben wir auch das eine oder andere Mal gehabt. Aber es gibt eben keine direkte Verbindung sonst, außer den zwei, die ich gerade genannt hab. Zumindest hab ich keine gefunden. Geht's euch da anders? Nee. Ich hab selber jetzt keine Referenzen gefunden. Ich hatte nur bei der Recherche irgendwo ein paar Kommentare gefunden mit eben auch, dass es eines der wenigen Werke von King ist, der sehr wenig querverweise, außer zum Beispiel diese Religiosität oder sowas, aufweist. Aber mehr nicht. Gut. Gibt es denn hier Verwertungen? Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gibt einen Film, von Frank Darabont mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Der Film taucht auch regelmäßig in besten Listen auf. Ist auch eine ziemlich originaltreue Verfilmung. Kann man sich angucken. Ja. Aber wie gesagt, also das Buch ist sehr nichtsagend und der Film ist sehr deutlich in der Besetzung. Ich würde euch also tatsächlich empfehlen, wenn ihr das Buch lesen wollt, lest erst das Buch und guckt dann in den Film. Weil ansonsten habt ihr wirklich komplett überschrieben, wie die Charaktere sich benehmen und aussehen und so. Genau. Außerdem gibt es, habt ihr ja auch schon erwähnt, ein Hörbuch in Deutsch und es gibt natürlich das englische Hörbuch und so wie ich gelesen habe, gab es das sowohl in der Komplett-Romanfassung als auch in der Einzelfassung und das gab und das gab es damals sogar noch auf Kassette. Das heißt, man hat monatlich dann zwei Kassetten mit dem jeweiligen Teil bekommen. Spannendes Konzept. Dann vielleicht noch erwähnenswert, dass es King gelungen ist und das hat noch kein Autor vor ihm oder nach ihm je geschafft, gleichzeitig mit allen sechs Büchern in der New York Times Bestsellerliste vertreten zu sein. Gibt es eigentlich, wenn wir jetzt gerade bei den Verwertungen sind, kannst du noch ganz kurz was dazu erzählen zu den Änderungen zwischen Romanen und Einzelteilen? Da gibt es tatsächlich so gut wie gar nichts. Er hat so ein paar ganz kleine Sachen angepasst und es gibt eine Szene in der Percy in die Zwangsjacke gesteckt wird und seine Hände sind auf den Rücken gefesselt oder sind in der Zwangsjacke gefesselt und King schreibt erfuhr sich mit den Händen über den Mund und das hat er dann tatsächlich noch geändert. Aber ansonsten er hat immer mal wieder gesagt ich würde es gerne mal geradlinig machen dass es wirklich ein Roman ist und nicht diese einfach Aneinanderreihung der sechs Geschichten das ist aber noch nicht passiert. Okay gut habt ihr denn für dieses Buch Zitate? Da muss ich leider passen. Wir machen dieses Format jetzt seit wie vielen Jahren? Na? Da? Okay Flur du hast hast du was? Okay Ich fahre gerade in einen Tunnel Missy hast du Zitate? Also ich hatte mir was markiert aber ich finde die Stelle gerade nicht ich brauche vielleicht noch einen Moment Okay dann bringe ich erst mal meine Mit dem Mundwerk handelt man sich meistens mehr Probleme ein als mit dem Schwanz Kann ich bestätigen? Dann das Zweite Aber die Leute lieben einen Scheinheiligen wissen sie? Sie erkennen sich daran wieder und fühlen sich immer gut wenn jemand mit Hose runter Pimmel raus erwischt wird und sie es nicht selbst sind Und das Dritte Aber trotzdem hatte Percy einen Mann getötet der schlafend in seiner Zelle gelegen hatte und das war einfach keine Art Und da muss ich sagen habe ich sehr gelacht bei dem Satz Es gibt übrigens noch eine Besonderheit bei den amerikanischen Einzelbänden Es gab nämlich einen The Green Mile Wettbewerb Der Leser wurde da am Ende jedes Buches mit einer Frage konfrontiert und musste dann anrufen und konnte was gewinnen Im ersten Band war es zum Beispiel Welches der folgenden Ereignisse wird sich in der nächsten Episode zutragen Erstens Brutal wird ermordet aufgefunden Zweitens Häuptling Bitterbuck landet auf dem elektrischen Stuhl oder drittens Wild Bill wird erhängt in seiner Zelle gefunden Und das war tatsächlich wohl gut benutzt diese Telefonleitung Beim letzten Band da konnte man ja nicht fragen was passiert im nächsten Buch Da hat man dann gefragt Wer war die zentrale Figur in The Green Mile Wie viele Menschen wurden im Verlauf der Geschichte auf Allsparky hingerichtet und wer war der wirkliche Mörder von Cora und Kate Gewinnen konnte man übrigens 1001 Flugmeilen und eine von King handsignierte Ausgabe des jeweils folgenden Bandes Cool Okay Missy hast du dein Zitat noch gefunden? Nein ich finde die Seite mit dem Buch Dann würde ich sagen schreiben wir jetzt zum schwierigen Teil dieses Podcasts nämlich zur Bewertung und Jonas du hast das Buch jetzt zum ersten Mal gelesen ist das richtig? Das ist korrekt Dann würde ich dich bitten dass du mal empfängst Ich kannte ja den Film vorher den fand ich schon ganz gut das Buch war sehr nah dran das hat mir gefallen es gab ein paar Dinge die die neu waren aber nicht wirklich viele und es hat mein positives Bild bestärkt ich gebe 16 Punkte Okay Liebe Gästin liebe Missy wie siehst du das? Wir bewerten wie gesagt von 0 bis 19 Danke dass du es nochmal gesagt hast das hätte ich natürlich auch nochmal gefragt Also ich habe jetzt mittlerweile einige King Bücher gelesen das war jetzt tatsächlich das das zweite was ich im Original also auf Englisch gelesen habe und nicht auf Deutsch und ich kannte wie Jonas den Film auch vorher war aber ja wie gesagt auch von dem Film schon sehr begeistert und dadurch dass ich es in diesen sechs Teilen auch gelesen habe fand ich das im Gegensatz zu den anderen King Büchern von vorher eine sehr schöne Erfahrung das mal auf eine andere Art und Weise zu lesen und auch als ich mich jetzt so ein bisschen historisch auch damit beschäftigt habe und so hat es nochmal ein ganz anderes Licht einfach auf das Ganze gelegt deswegen würde ich 15 Punkte geben Okay Gut Flo wollen wir uns jetzt schon prügeln oder willst du anfangen oder soll ich anfangen Ach fang du mal an du wirst vielleicht überrascht sein Ich muss ganz ehrlich sagen ich habe immer noch keine wirkliche Bewertung für das Buch Es ist wirklich nicht so schlimm wie ich es in Erinnerung hatte als ich es das erste Mal gelesen habe Ich hatte eigentlich gehofft oder gedacht ich habe damals die Episoden Sachen gelesen und ich hatte eigentlich die Hoffnung dass es durch den Roman jetzt irgendwie besser wäre weil Anpassungen passiert sind Scheinbar sind die aber nicht passiert und ich habe mich einfach falsch an das Buch erinnert oder ich war einfach zu jung Es ist auf jeden Fall nicht halb so scheußlich wie ich es in Erinnerung hatte aber es hat trotzdem wahnsinnig viele Stellen die mich unglaublich stören Es ist stellenweise sehr langatmig eben gerade diese Szenen nur mit dem alten Knackerbein Pissen zugucken toll Das nervt mich und es hat auch für mich an ganz vielen Stellen überhaupt keine Spannung gehabt aber dafür trotzdem durch die Episodenhaftigkeit immer noch die Motivation gegeben jetzt lest es halt fertig und es passt schon auch wenn es dich nicht wirklich interessiert und nicht wirklich packt Es hat für mich unglaublich viele Tropes die mich wahnsinnig nerven und gerade dass wir diese ganze Christus-Thematik so plakativ und so einem extrem um die Ohren werfen macht es mir halt auch überhaupt keinen Spaß mich um die Symbolik zu kümmern und ihr wisst alle die Symbolik ist das weshalb ich 10 Bücher lese und mag ähm ja es ich kann mich nicht so richtig festlegen aber es war trotzdem eines der besseren Bücher auch wenn ich das ungern zugebe weil es so trivial ist und weil es sich doch recht schnell weggelesen hat und deswegen würde ich mich glaube ich auf 10 Punkte einigen es ist merkwürdig ich komme von genau der anderen Ecke und muss dir in ganz vielen Sachen zustimmen also ich hatte das Buch als ziemlich gut in Erinnerung und habe beim Lesen jetzt festgestellt es ist ja doch ziemlich seicht es hat große Themen aber es ist unglaublich trivial die Figuren sind sehr plass es gibt ein paar richtig gute Momente es gibt ein paar zähe Momente es gibt viele Wiederholungen und ja die Episodenhaftigkeit hat der Geschichte ganz gut getan also als Roman würde ich es wahrscheinlich schlechter bewerten ähm aber es ist bei weitem nicht so gut wie ich es in Erinnerung hatte und deswegen gebe ich auch nur 12 Punkte also wir liegen gar nicht so weit auseinander okay dann haben wir auch dieses Stück hinter uns äh es werden im nächsten Jahr also in diesem Jahr viele viele weitere Bücher folgen wir werden zum Beispiel eben über Desperation reden das mehr oder weniger zeitgleich äh oder relativ nah auf dieses gefolgt ist wir werden über Regulators Regulators reden ähm aber auch noch ganz viele andere Bücher unter anderem äh willkommen zurück zum Dunkle Turm endlich mit Klaas wir haben ähm Sarah auf der ich mich ziemlich freue oh ja wir haben besondere Sachen eigentlich ein Drehbuch der Sturm des Jahrhunderts oh ja Atlantis mhm dann können wir uns richtig schön streiten in das Mädchen das wird und wir haben auch wieder ein Sachbuch vor uns das Leben und Schreiben und auch die Missy ist bald wieder naja bald in kosmischen Maßstäben bald wieder dabei nämlich bei Duddy Streamcatcher oh Gott ich bin gespannt ich erinnere mich ich erinnere mich an das Buch und an den Film ja aber nicht gut nein ich bin gespannt es wird spannend auf jeden Fall aber wenn ihr mit uns Podcasten wollt und bei einem dieser Bücher dabei sein wollt dann könnt ihr das gern sein wir haben zwar bei ganz vielen Büchern schon den Gast das macht aber überhaupt nichts denn wir können auch einfach mit mehreren Leuten aufnehmen schaut einfach an unsere Leseliste was euch so bevorsteht in der nächsten Zeit kontaktiert uns über Twitter oder über E-Mail oder wie auch immer ihr gern möchtet und wir würden dann euch entsprechend einladen wenn ihr die Bücher nicht habt die ihr lesen wollt dann sagt uns auch Bescheid wir würden dann dafür sorgen dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid und technisch braucht ihr nichts ihr braucht eigentlich nur Teamspeak oder Skype wobei uns Teamspeak immer lieber ist ihr braucht ein Headset oder ein Mikrofon oder einfach nur ein gutes eingebautes Mikrofon im Laptop wie es jetzt bei der Müsse war und dann könnt ihr mit uns reden über alle Bücher über die ihr gerne reden möchtet mit uns die irgendwas mit King zu tun haben ähm und wenn ihr irgendwas zu sagen habt über kommende Bücher oder über vergangene Bücher wenn ihr denkt dass wir hier einen Schwachsinn erzählt haben sagt es uns ihr könnt uns schreiben ihr könnt uns Audiokommentare schicken wir nehmen eure Meinung gerne in die Podcasts auf genau nicht wundern wenn ihr uns einen richtigen Kommentar im Blog schreiben wollt also da wo auch die Beiträge veröffentlicht werden das habe ich deaktiviert das funktioniert nicht wegen eben einerseits Spam und andererseits DSVGO und solchen Quatsch aber ihr könnt jederzeit uns das per E-Mail schicken oder per Twitter und ich würde das dann quasi einfach als Kommentar in den Blogbeitrag als Freitext einfügen das heißt ich werde das ordentlich zensieren und nicht bearbeiten oder so aber es geht einfach nur darum dass ich dadurch eine größere Moderationsgewalt habe wenn es um solche Sachen geht aber wir werden auf jeden Fall auch eure Meinung nie hinter den Berg halten wenn ihr also was zu sagen habt haltet uns mit wir wissen sind und wir freuen uns wenn ihr uns das bestätigt in diesem Sinne ich bedanke mich ganz herzlich beim wundervollen Jonas es war mir eine Ehre ja sehr gerne ich bedanke mich außerdem bei der großartigen Messie es war wie immer toll mit dir es hat wieder mal super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich bedanke mich natürlich auch beim Flo es war wunderbar auch wenn wir uns mal doch weniger den Schädel eingeschlagen haben als ich dachte ja ich war auch sehr enttäuscht aber es gibt immer ein nächstes Mal und ich bedanke mich natürlich bei euch liebe Hörerinnen und Hörerschaft es ist schön dass ihr uns zuhört es ist schön dass ihr unser Gesattel immer noch ertragt und uns auch im Jahr 2021 hoffentlich treu bleibt passt gut auf euch auf und wir hören uns ciao tschüss 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 tschüss